so dann geht es mir gerade weiter dann machen wir dann jetzt hier du kriegst dann noch leben wir haben gemerkt das ist keine schlechte idee regierung tageskräuter sonst schlecht so wie man uns gern heimat und machen mal das tageswerk jetzt muss ich jetzt muss sagen mein leid oh je jetzt hat er zu tun lang aus dem moment ist doch gelatert brutal aber so ein bisschen speicher ausmacht legt mich am arsch nach dem schlafe wird uns auch noch mal die schmerzen Und das Nächste. Die Mio-Beeren. Du bist da dritte gell. Ich glaube, ich muss da ein bisschen instellen, wo ich an der Stelle habe. Alter hier irgendwo. Nio. Okay. Nächste. Nächste Stembeeren. Nächste Stembeeren. Nächste Stembeeren. Nächste Stembeeren. Und da. Okay. Nächste Stembeeren. Nächste Stembeeren. Nächste Stembeeren. Nächste Stembeeren. Nächste Stembeeren. Nächste Stembeeren. Du hast noch Öl. Dünger hätten wir wahrscheinlich auch noch, aber da ist es so weit, ich wäre es gefallen. So, 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 so. Wo ist es? Kolege Dudu? Kein Lerab, ich bin tatsächlich. So, ich bin tatsächlich. So, ich bin tatsächlich. So, ich bin tatsächlich. Ne, was kommt jetzt an der Bauchplan? Ne, du bist der hier wach. Kann man es mal überlegen, ob man so etwas vielleicht anlernen. In Angriff nehmen. Kann man immer in Ruhe? Ne. Gut, fällt uns gerade noch ein, aber wir könnten noch schnell nach dem Ruhe stehen. Ich würde jetzt sagen, dann können wir uns wieder verabschalten. Okay. So. So. Ich hätte mir behauptet, was das Spiel eigentlich so hier ist. Können wir mal gucken, ob wir hier irgendwie ein Grill oder sowas gebastelt kriegen. NTF an sonst aber hatte ich versucht. Guck mal, da gibt's ja die Brille. Stimmt, die waren sogar ziemlich cool, glaube ich. Eine Cooking Station. Ich glaube, die brauchen wir jetzt auch noch nicht zu zählen. Mal lernen, kommen wir es trotzdem. So. Wo braucht man denn? Wahrscheinlich. Masonomie. Was ist denn Masonomie? Du bist... Masonomie. Ne, Masonomie. Ja, was passt denn? Was bitte? Metallbarren und Öl. Äh, äh... Also, mit dem Metalldreck kann ich mich mal verbrücken. Aber dann, ich fühle mich mal. Ich brauche. Wie kann ich da? Natürlich. Ich brauche doch auch nicht. Uh, ich brauche mit mir zu schauen. Ja, hier habe ich auch nicht. Natürlich. ich habe mich echt gehaue fatal dumme idee von dir oh nein ja schon wieder voll das sollen sie uns aber zurück wir sind ja nicht blöd oder schnell so haben wir doch was so was haben wir noch Öl Öl müssen wir dann ja mal kurz heimpitzen machen wir erstmal So. Steam. Color-teaming. Dillard Polymer. Obsidian. Dillard Polymer. Dillard Polymer. Obsidian. Off screen. Dillard Polymeria. Dillard Polymeria. Was ist das? So, dann klatschen wir mal in den Kühlschrank. Oh ja, da haben wir schon ein bisschen was. Das können wir schon verstreichen. Vielleicht noch schnell rüberpielen mit Öl holen. So, dann klatschen wir mal, wie ich fahre. Boah, hat der Element gekreist. Schiss. So hochradladen wird. Aber zuerst enden wir mit dieser Folge. Ihr wisst ja, würde mich freuen, wenn ihr das richtig fändet. Oder auch, wenn ihr Kommentare. Du wisst ja Kommentare. Natürlich dürft ihr auch abonnieren, wenn ihr möchtet. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns morgen. Tschüssi. Tschüssi.